Das sind insgesamt vier Vulkane, bekannt aus Schweizer Produktion, Stückpreis liegt bei 8,99 Euro. In diesem Jahr gibt es hier allerdings eine Änderung in der Sortierung, das heißt es gibt eine Neuheit. Der Artikel heißt Einhornpups und ist unter anderem auch aufgrund seiner pinken Spitzen für die Damenwelt kreiert worden. Wir schießen diese vier Vulkane auch parallel. Los geht's! Dieser weiß nicht so fertig ist! Wie sieht denn aus? Der ist nicht zu fertig, da? Der ist nicht zu fertig ist. Die sind noch mehr mit mir denn aus. Ja! Ja!